ja und somit einen wunderschön prächtigen herzlich willkommen beim crime scene cleaner ja der körper ist das schon mal richtig am baumeln natürlich sehr schön aus ich will nicht wissen was hier alles schon wieder drunter drüber ist das allererste ist ich schaue erst mal nach wo es die ganzen leichen gibt weil das ist allererste ich was ist denn hier passiert ist klar sollen drei leichen sein habe ich mal gespannt okay da kann ich noch nicht durch okay ich brauche gar nicht aufschlagen da haben wir sie doch die nächste leiche ok wahrscheinlich die ganzen räume was ist das denn soll das denn ok ja gut kann man machen ach du scheiße ja ach du kacke was küsste das eine war marihuana das andere weiß gar nicht was das andere marihuana koks sowas das ist die ne lösung wenn ich hier so runterspringen obak das kann was werden was habe ich eigentlich fast um allen müll oder das ganze ganze wilde weg genommen weggezogen genommen ne hier sieht doch von damals aus so müll müsste dann noch oben hier ist auch noch was alles klar auch mal mehr volumen für den mülleimer hier größere säcke wie auch immer so und schauen wir mal hier nochmal hin da tack so ok müll habe ich schon mal entleert nice da ist hier bin ich schon mal fertig würde ich sagen mache ich auch direkt hier oben sauber da ist sauber Frage, wo das hinkommen soll. Mess, ich muss es nochmal sauber machen. Ähm, Mülleimer. Äh, Wasser meine ich. Ne. Ach, Mist. Äh, wo ist es denn? Da. Zack. Machen wir es mal hier draußen. Fertig. Musik nervt es gerade. Okay, kann ich doch nicht ausmachen. Ach. Besser. Achso. Dauer machen. Zack. Ach, du Kacke. Das ist gut, jetzt. Ah, so. Zack, zack. So, haben wir. Kann mir ja vorstellen, dass... Nee, es könnte auch hier sein. Ja. Hier drauf. Uh. Knapp. Ich hätte keinen Bock, da so einen Müllsack aufzuheben. Äh, Globus. Ach, du Scheiße. Okay. Anliegen. 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 Zack. So. war hier schon mal geht aber schnell mutzig hier ok hier nehme ich mal meinen kärcher es geht schon mal besser so noch was da das ist schön wie dampen müssen irgendwie angehen hier auch nicht machen wir hier hier ist kein licht das kann nicht sein dass die putz hier keinen lichtschalter hat da dann ist es nur dort ok naja sau doch mit dem hier zu lange ach du heilig hier geht er ordentlich schnell schmutzig du meine fresse was was muss ich das mal wieder raus sollte nichts passieren also habe ich ja schon aber immerhin mal etwas kleineres bin ich gar nicht mal so schlimm ich habe natürlich jetzt bisschen weiter gemacht also eine map und davor das war ja so ein spa uff das war schon groß und das ist ja wirklich für elefants zum glück heißt zum glück aber wenn man nur große sachen hat das zieht sich ja wie kaugummi so wasser erstmal raus oh das muss ich auch mal ein bisschen sauber machen so hier einmal alles sauber machen soo seidisch glänzend passt alles ne ja mal kurz mal beobachten hier ist nix ja passt das kann eingepackt werden der kann eingepackt werden der kann auch mal erneuert werden so hier ist ja auch alles oh da genau ja dann kann ich hier weitermachen so dann kommen wir hier da ist immer von oben nach unten soo ne hier wollte ich hin da aus der anderen Seite top ach kacke also wie haben die sich da weggeprügelt aber das gemälde nach dem kercher sag ich mal kann sowieso nicht mehr verwendet werden aber passt zack ich liebe den kercher wie gesagt was sagt mein tank ja nicht mehr na von mich warte ich hab ne idee ne ich will erstmal kurz mal auf na soo oh da ist ja noch ein spritzer so zack ok 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 alles klar hier ist noch was naja fußspuren sollten wieder sein ne jo war klar so hier alles picobello machen zack zack wo da kann wieder eingepackt werden wo da kann wieder eingepackt werden wo wo zack 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 Sieht doch schon mal nice aus. So, ich mach mal kurz mal noch mal säubern hier das Ganze. Zack. So, da haben wir. Wo könnte das denn hier hingestellt werden? Achso, okay, da, nice. Das heißt, der müsste dann auch in der Nähe sein. Ja, hier ist ja alles frei, hier müsste doch eigentlich irgendwas sein. Hier kann ich nix, ah, braucht sie sowieso nicht. Ne, da fehlt doch ein Stuhl, okay. Ach der, okay. So, erster Stockback ist fertig, nice. Das hier ist nichts. Unten wird's lustig. So, nehm ich noch mit runter. Zack. So. Ey. Wie schnell gehst du denn schmutzig, sag mal. Okay. So, Kercher komm ran hier auf den Mäder. Den brauch ich mal. Wie. So, da ist nix. Ja gut. So. Das machen wir sowieso mit dem hier. Uff. Muss mal säubern. Äh, wo waren wir noch mal? Da oben ist es. Hier war doch irgendwo noch ein Bad. Na, komm ran hier. So, ich brauch mal ein Stärkemittel. Zack. Ne. Ne. So. So. Kommen wir gleich? Boah, das wird bisschen lustig. Äh. So. Hat er auch? Okay, wo ist es? Doch. Hat drauf. Okay. Decke Mittel hat er. Hat er auch? Oh. So knapp. Zack, zack, zack. So langsam sieht es schon nach einer Wohnung aus. Äh. Mülleimer. Zack. So. Boah. Hallo. So. Geht auch. Hier nochmal kurz mal drüber wischen. So. Hier einmal. Okay. Ich brauche mal, hier ist alles sauber, ne? Genau. Ich brauche mal kurz meinen Eimer. Uff. Hier sieht es auch. Zack. Ich brauche mal kurz einen Mülleimer. Ich brauche mal kurz einen Mülleimer. Ach da. Okay, noch eine Figur müsste irgendwo dann sein. Da. An sich müsste eigentlich mit einem Schwamm das ganze besser laufen. Rein theoretisch. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Dann ist es auch mit Schwamm doch besser. Zack. So. Viel besser. Äh. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube Schwamm ist eigentlich universal Säuberungsmittel. Also. Der ist auch schon besser als ein Kärcher. Nur. Muss ich nicht immer hin und her deichseln. Schön aufs Gemälde. Hier noch irgendwas. Hier ist noch. Okay. Habe ich hier Wasser irgendwo? Ne, nur da drüben. Okay. Dann wechsle ich mal kurz. Ei, 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 ei. So. Dann würde ich sagen, mache ich das mal ein bisschen in Schnellform. So. Damit man ein bisschen sieht, was man hier alles noch macht. Und. Oh Gott. Wenn ich schon sehe. Ei, 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 ei. Guti. Dann mache ich mal einen auf Flash. Natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, also, alles ist sauber. So, jetzt muss ich nur noch einen Müllsack suchen. Ich weiß gar nicht, wo der noch lag. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr präkelnd. Habe ich das hingelegt? Will ich denn da ist eigentlich ein Ding? Äh... Ja... Und das? Hä? Ach, da hat er sich da hinten versteckt. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Also, wir müssen was aufmachen. Okay. Nix da. Alles gleich. Dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein, wünsche euch einen wunderschön prächtigen und sage Tschö mit Öl, euer Keule. Und ciao. Ciao. Ciao.